Unsere Promi Big Brother-Expertin ist da, Jenny Elvers. Guten Morgen. Heute Abend steigt das große Finale, 20.15 Uhr. Genau. Vier Kandidaten sind noch drin. Es ist Melanie Müller. Puppies ist dabei. Danny ist dabei. Und Uwe. Also Melanie, die einzige Frau. Wir gucken mal, wie die letzten vier sich erst mal so anstellen. Nein. Ich bin im Finale! Yeah! Das Finale ernählt sich. Ich bin hier reingekommen und jeder kann mir sagen, was er möchte. Ich weiß für mich, dass ich hier authentisch war. Ja, ich fange schon so ein bisschen an, mich wieder kopfmäßig unter Druck zu setzen, dass ich weit, 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 weit komme. Also, wenn ich den Gewinn mitnehmen konnte, würde ich mich schon sehr drüber freuen und hätte da schon ein paar Sachen, die man damit umsetzen könnte. Ja, ich meine, es geht ja auch um viel Geld. Ja, das hilft mir natürlich auch sehr weit im Leben. Ist ja so, wie es ist. Ich habe viel vor mit dem Gewinn. Ich möchte eben Kinder helfen. Ich möchte meinem Land helfen. So viele Dinge schon. Oh mein Gott! Danke! Oh mein Gott! Danke! Oh mein Gott! Und das Rennen machen. Und beide haben, ja, also ich, wirklich, ich gönne es wirklich beiden. Vielleicht teilen die das einfach. Uwe, wir sehen hier auch gerade weinen. Das ist ja so der ganz sensible, der aber trotzdem ganz schön angeeckt ist. Ange-ackt! Vom Acker zum Anecken. Ja, Uwe hat wirklich so eine Heldenreise da irgendwie durchgemacht. Weil am Anfang war er erst mal so gar nicht wirklich präsent, muss man ja wirklich sagen. Also den musste man so ein bisschen suchen als Zuschauer, ja. Und er hat sich nicht wirklich in die Gruppe eingebracht, also war relativ still. Da muss man natürlich auch dazu sagen, da sind sehr viele sehr laut. Und er hat sich einfach zurückgenommen. Und vor allen Dingen, er hat dann irgendwann sich geöffnet in diesem wirklich schönen Gespräch mit der Ina, wo man einfach ihn dann auch ein bisschen verstanden hat. Also er hat eine sehr wirklich traurige Kindheit und Jugend erleben müssen. Mit viel Mobberei, mit viel Hänselei. Und das hat ihn sehr verletzt und er hat einfach sehr so eine Mauer um sich herum gebaut, ja. Und umso schöner war es dann zu sehen, als er sich dann so wirklich mehr geöffnet hat. Und jetzt ist er da wirklich sehr präsent geworden. Und zwar nicht, dass ich denke, das ist irgendwie Kalkül, sondern wirklich, weil er das irgendwie so gespürt hat. So jetzt habe ich mir ja etwas rausgelassen und kann so ein bisschen meine Beweggründe erklären. Und das ist sehr sehr schön und das mögen die Zuschauer natürlich auch gerne sehen. Das ist, wie gesagt, so eine kleine Heldenreise. Melanie Müller, die kam ja als total taffe Kampfmaschine daher und trotzdem hat sie dann plötzlich ihre verletzliche Seite gezeigt. Wie siehst du denn ihre Gewinnchancen? Auch sehr sehr hoch. Ich sage ja, zwischen den beiden glaube ich wird es sich ausmachen. Ja, bei Melanie ist es ja so, über die hat man ja auch eine Meinung, ja. Die hat in sehr vielen Formaten schon mitgemacht. Und ist wirklich immer, steht immer dafür eben tough zu sein, stark zu sein. Sie hat auch alle Spiele, alle Challenges extremst gut gemeistert, muss man wirklich sagen. Die möchtest du nicht als Gegnerin haben. Nein. Entschieden nein. Und hatte ordentlich Gas gegeben und da bröckelte aber auch so ein bisschen die Fassade. Und damit meine ich jetzt nicht, dass sie sich die Haare abrasiert hat. Was hier übrigens sehr sehr gut steht, haben wir beide gerade festgestellt. Sieht gut aus. Super, sie hat wirklich das Köpfchen dafür. Sie hat einfach mal aufgrund ihrer privaten Situation eine Melanie gezeigt, die wir so noch nicht kennengelernt haben. Und das macht natürlich nahbar. Da fiebert man mit und da ist man ganz bei ihr. Und das ist natürlich wirklich eine Seite, die sehr spannend war von ihr zu sehen. Und ja, man hat Empathie. In letzter Sekunde rausgeflogen sind ja hier die Kickbox-Weltmeisterin Marie Lang und die Königin der Spielerfrauen, Ina Aogo. Und von Ina haben wir ein Statement dazu. Hallo, liebes Frühstücksfernsehen. Mein schönster Moment war, wo Dennis im Publikum saß und ich gewusst habe, okay, irgendwas machst du richtig, weil er hat gesagt, ich darf nur da sein. Oder er wird nur da sein, wenn ich alles gut gemacht habe. Mein schlimmster Moment war, wo Dani Büchner mich angegriffen hat und ich nicht wusste warum. Am meisten freue ich mich auf meine Kinder zu Hause und einfach die Wärme von der Familie zu spüren. Als Learning nehme ich mit, vertraue niemandem. Ist ehrlich. Oha! Jenny, was meinst du, warum ist sie nicht ins Finale gekommen? Ich finde, sie ist wirklich sehr weit gekommen. Ich finde auch, dass sie es toll gemacht hat. Und es ist natürlich so, da haben wir schon öfters hier auch drüber gesprochen, sie erfährt sowieso sehr viel Sozialneid. Immer dieses Spielerfrau und dein Mann hat Geld und du hast irgendwie alle Handtaschen dieser Welt zu Hause. Sie ist wirklich weit gekommen und kann sehr stolz auf sich sein. Sie hat vor allen Dingen immer eine Haltung gehabt, was ich sehr klasse finde. Also, weißt du, die hat nicht immer so ja, ja, ja und ihr habt ja alle recht, sondern sie hat eine Haltung gezeigt und das finde ich gut. Und ich glaube, dass wirklich die Zuschauer jetzt gesagt haben, okay, sie braucht es natürlich finanziell am wenigsten. Und dass das wirklich ein Grund war, weshalb sie jetzt gehen musste. Aber Glückwunsch, Ina, wirklich klasse gemacht und weit gekommen. Promi Big Brother, heute Abend das große Finale. Wir werden mitfiebern, wir werden zugucken. Und das schönste am Promi Big Brother fand ich dich, Jenny. Och, Mensch, das fehlt hier im Studio. Wir gucken alle zu. Vielen Dank.